Hallo YouTube, hier sind wir wieder zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans und ich werde mich auf die Suche begeben nach einem aktiven Luftfeger. Das wird wahrscheinlich dauern, aber ich will es unbedingt probieren. Werde jetzt zuerst mit meiner normalen Armee vom CW auch angreifen, das heißt 4 Lava, 120 Ballons. Nur in der CW habe ich halt was anderes. Da habe ich, ihr seht, so ein bisschen Mischmasch, aber okay, es ist halt auch kein CW Gegner, deswegen wird das wohl reichen. Ihr wisst, wie gut ich damit normalerweise angreifen kann, ohne jetzt irgendwie eingebildet zu klingen, aber ich denke, ich habe es schon ganz gut drauf mit den Lava-Hunden oder hatte es, sagen wir es mal so, und ich will testen, inwieweit sich das vielleicht geändert hat. Dazu müssen wir aber erst einen Gegner finden und am besten hat er dann natürlich den Luftfeger schon ein bisschen gelevelt, ansonsten sieht man vielleicht zumindest ansatzweise, inwieweit sich das alles ändern kann. Eventuell möchte ich danach dann noch Drachen versuchen, das weiß ich noch nicht, das überlege ich mir gleich noch. Werde da jetzt gleich einen Gegner suchen, wenn die Gegnersuche lange dauert, was ich mir vorstellen kann, werde ich die natürlich überspringen und möchte aber zuerst noch auf zwei Sachen eingehen und zwar zum einen, die Mauern, habe ich gestern in dem Video nicht erwähnt, sind mit Elixier machbar gewesen. Also die 9er, hoch, die 9er und 10er Mauern sind immer noch damit machbar. Allerdings war es gestern möglich, nach dem Update bis zur ersten, zur nächsten Wartungspause, ich glaube das war drei, vier Stunden später, auch die 6er und ich glaube sogar die 5er Mauern oder 6er und 7er Mauern auf jeden Fall mit Elixier zu machen. Auf meinem zweiten Account habe ich erst mal 5 Millionen Elixier verbraten, das geht jetzt aber nicht mehr. Außerdem sehen die Mauern jetzt anders aus. Mal gucken, finden wir hier jemanden. Ja, ihr seht es, das ist perfekt, das sind genau die Mauern, wo es richtig deutlich wird. Die 5er Mauern und die 4er Mauern sehen anders aus und ehrlich gesagt sehen die scheiße aus. Es soll wahrscheinlich besser aussehen, ein bisschen 3D mäßig wurde mir gesagt, aber ich finde es ehrlich gesagt, das sieht so unnatürlich aus. Ich weiß nicht, ich finde es passt nicht. Ich finde sowieso, die Mauern waren teilweise schon zu groß, ich finde die sollten eigentlich immer größer werden, je stärker sie werden und nicht so vorher. Aber ich weiß nicht, also meiner Meinung nach sehen die richtig, richtig beschissen aus. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Möchte ich gerne wissen, was ihr davon haltet. Außerdem, ein weiterer Bug. Es ist möglich, ich habe ja jetzt hier schon die ganze Karte geschafft, aber gucken wir mal. Wo ist es? Na, jetzt muss ich es finden. Da. Seht unten rechts, verfügbare Beute, 40.000 von beiden. Der Sandmann hat mich darauf hingewiesen, danke dafür. Es ist bei manchen so, dass man da wieder Beute holen kann. Und zwar da 30.000, nicht bei allen, aber da 2 mal 70.000, das ist okay. 2 mal 80.000, lohnt sich unter Umständen auch. 120 und 20.000, 20 und 110.000, 70 und 70, 60 und 60. Ich habe das Gefühl, das lädt sich sogar zwischendurch mal wieder auf. Also richtig, richtig viel, was hier wieder rumliegt. Guckt mal rein, vielleicht ist das bei euch auch so und lohnt sich sogar für euch. Ich habe zwei Sachen gemacht, jeweils nur mit Helden. Einmal ungefähr 200.000 LXT und einmal, glaube ich, 120.000 Gold bekommen, ohne wirklich was zu opfern. Eben Helden und die hatten auch noch relativ viele HP. Hat sich gelohnt, guckt mal rein, testet es aus und jetzt würde ich sagen, suchen wir einen Gegner. Ich habe auch schon gefragt, ob im Clan irgendjemand jemanden... Okay. Da ist ein Luftfeger. Der ist aktiv, aber das ist ein Rathaus 8er. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, da können wir nicht mitnehmen. Wir suchen jetzt nach einem Rathaus 9er, wo der Luftfeger eventuell aktiv ist. Es reicht mir, wenn der auf Level 1 ist, aber er müsste halt Rathaus 9 sein, damit man mit den X-Bögen vielleicht sieht, was der anrichten kann. Erstmal ist das Gebäude natürlich total hässlich, dieses Luftfeger-Ding. Und hier sehe ich noch gar keins. Sehe ich hier einen. Der ist im Ausbau. Schade drum. Was ich da mit im Design mache? Ich habe noch keine Ahnung. Ich bin ein bisschen ratlos, was ich da mit meinem CW-Design mache. Ich habe auch schon geguckt, es gibt noch keine neuen Vorschläge von irgendwelchen Leuten. Ja, werde ich mir was überlegen und sobald ich dann vielleicht drei Dörfer habe, werde ich auch ein neues Video dafür rausbringen. Wenn ihr Vorschläge habt für irgendwelche Designs, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir bei YouTube eine Nachricht oder schickt mir ein Bild bei Twitter, Facebook. Könnt ihr alles machen? Auch hier ist einer fertig. Es sind aber zum größten Teil jetzt Rathaus 8er, wo ich das finde. Der wird auch noch auf Level 1 sein. Problem an der Sache ist halt Rathaus 8. Das ist nicht wirklich ein Vergleich. Die hätte ich ja vorher mit der Armee locker besiegt und die werde ich auch jetzt locker besiegen. Zumal der jetzt bei beiden auch noch irgendwie falsch eingestellt war, meiner Meinung nach. Ich denke, wir sollten schon nach einem Rathaus 9er Ausschau halten und da es mir so scheint, als würde die Suche etwas dauern, werde ich jetzt einmal die Suche überspringen und melde mich wieder, wenn ich einen passenden Gegner gefunden habe. Vielleicht dauert es ein bisschen, vielleicht dauert es zwei Stunden. Wer weiß, wir sehen uns gleich wieder. So, hier haben wir einen Rathaus 9er, der seinen Luftfeger aktiv hat. Die Sache ist jetzt, er guckt hier in die Richtung. Wenn wir ehrlich sind, greifen wir von der Richtung hier an, nehmen das gute Ding mit und das war's. Also, das ist ja schnell wegzunehmen. Das ändert ja nicht viel. Um aber zu testen, wie es sich auswirkt, wenn man von der Seite aus angreift, werde ich von der anderen Seite aus angreifen, einfach um zu gucken. Na, hat der nur Bogies drin? Ist ja zum Kotzen. Okay, jetzt ist das Ding kaputt. Würde sagen, wir gehen hier unten hin. Dann könnten wir vielleicht noch hier rechts die Flugabwehr... Na, wobei, das wird knapp. Nein! Boah, fuck! Ich wollte den König viel eher droppen. Ich habe aber außerdem immer im roten Bereich geklickt. Jetzt habe ich den König nicht gezündet. Mein Gott, was ist denn heute los? Okay, die Clan-Vug ist nicht komplett kaputt. Das ist natürlich ein Fail, das würde mir sonst nicht passieren. Und dann geht sie so auch nicht kaputt. Na gut. Wir machen es jetzt einfach. Wir versuchen es und gucken uns gleich genau an... Ja, Boom Beach. Wie sich das Design verändert. Äh, der Kampf verändert. Mir fehlt natürlich jetzt ein Lava-Hund. Mir fehlen... Und... Da kommt die erste Luft... Die Presswelle. Die erste Luftpresswelle. Bäm! Und die Ballons gehen nach hinten. Oh, und sie fliegen richtig weit weg. Ihr seht das. Der andere war... Alles andere als perfekt. Der Wutzauber sitzt auch richtig beschissen. Und man hätte diesen eigentlichen so nicht angreifen sollen, aber ich wollte ihn unbedingt testen. Und ihr seht, wie er sich bewegt. Aber warum bewegt er sich bis nach da? Mir scheint das so, als wäre da... Wäre da eine Sache noch gar nicht so mit... drauf eingegangen worden. Jetzt ist die Presswelle da. Alles okay. Na schade. Ich sehe es jetzt nicht mehr, aber... Vom Gefühl her... Hm. Ja gut, das Ding dreht sich halt. Der Radius, den man sieht am Anfang... Die Pokale hätte ich jetzt schon ganz gerne. Der Angriff war fail, ich weiß. Ich wollte aber unbedingt jetzt testen. Der Radius, den man beim Bauen aufstellen sieht, das ist nicht der Radius, wo es hinschießt. Das ist der Radius, wo das Ding sucht. Also im Nachhinein war die Base richtig beschissen für Lava-Hunde mit Presswelle. Äh, für Lava-Hunde mit Loons. Die Flugabwehren sind so weit außen, da hätte ich von jeder Seite reingen müssen. Und am besten eine vorher zerstören. Scheiß drauf, es war ja nur so zum Testen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ja. Mal jucken, wie das noch wird hier mit den guten Dingern. Würde sagen, wir produzieren mal neue... Ähm, Wutzauber, das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Werde auch gleich, denke ich, mal mit Drachen das versuchen nochmal. Rathos, ach, da haben wir ja schon relativ viele gesehen. Und, ähm, würde sagen, wir machen einen kleinen Cut. Bis gleich. So, meine Armee ist fast komplett fertig. Aber ich möchte noch zwei Sachen zeigen. Einmal, mein Luftfeger geht natürlich direkt hoch auf Level 2. Äh, Level 3 natürlich. Auf Level 2 ist er jetzt ein... Äh, der verursacht jetzt keinen Schaden, immer noch. Aber Windstärke 1,6. 1 bis 15 Felder. Und wir gucken uns direkt mal den Max an. Der hat... Beste Spiele hat den bestimmt schon. Vorbereitet habe ich das nicht. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass der nicht fertig gejammt ist. Ja, da sieht er doch gut aus. Level 6, der sieht ähnlich aus. Er passt ganz gut zu Rathos 10, denke ich. Aber ich finde ihn immer noch keine Schönheit. Und Windstärke ist jetzt 3,6 Felder. Das ist natürlich schon übel, wenn die Einheiten jedes Mal 3,6 Felder nach hinten versetzt werden. 1,6 Felder, denke ich, macht da noch nicht so den riesen Unterschied. Und ich denke, ich werde irgendwann demnächst dann auch mal gucken, dass ich vielleicht noch ein paar Wiederholungen oder Kämpfe gegen Luftfeger Level 6 zeigen kann. Aber im Moment bin ich einfach nur froh, wenn ich überhaupt einen Luftfeger zu Gesicht bekomme. Wir greifen jetzt noch einmal mit Lava-Hunden an. In der Clanbook ist wieder kein Lava-Hund. Aber, das ist ja nicht so tragisch. Einfach nur Luftfeger. Und dann werde ich danach nochmal versuchen, bei Rathos 8 einen Luftfeger zu erwischen, der gegen Drachen dann mal gezeigt wird. Es ist halt wirklich schwierig, das jetzt so zu beurteilen. Der Angriff gerade war wirklich schlecht von mir, muss ich sagen. Das war so mit der schlechteste Lava-Hund-Angriff, den ich, glaube ich, jemals gemacht habe. Oh, und jetzt setze ich... Das ist doch... Es ist nicht zu fassen. Ich habe heute das Pech am Finger. Jetzt setze ich hier aus Versehen einen Ballon an, statt auf weiter zu klicken. Das gibt es doch nicht. Mein Gott. Jetzt verliere ich hier auch noch die Pokale. Die ich eigentlich gebrauchen könnte. Je höher, desto besser ist es natürlich für meinen Unterfangen. Der Gute baut ihn gerade überhaupt erst. Schade. Hier geht er schon auf Stufe 2. Was ist denn jetzt auf einmal los? Warum finde ich jetzt auf einmal solche übelen Gegner? Hier haben wir... Haben wir einen Luftfeger hier. Ja, außen auf Level 2 gehend. Und ich denke, wir machen an der Stelle nochmal einen Cut. Das ist wirklich eine sehr mühselige Suche. Das ist vor allem dumm. Ich suche etwas, was mich eigentlich hindert. Aber ich will es unbedingt noch ein bisschen... Ja. Ähm. Ich überlege. Ich denke, wir nehmen den guten hier. Es ist sogar ein Rathaus 10er. Hat natürlich den Luftweger auch noch auf 1. Zumindest sieht er so aus. Aber durchs Rathaus 10 sein ist es halt ein bisschen schwieriger. Er hat den halt auch nicht perfekt eingestellt. Das muss man halt mal so sehen. Wir versuchen sie jetzt einfach mal. Ein Ballon. In der Clanburg ist keiner. Und in der Richtung wird schon geschossen. Und da wird der Ballon zurückgesetzt. Okay. Ähm... Das heißt, wir gehen, würde ich sagen, hier rein. Gehen wir dann da. Ja. Würde ich schon sagen. Vielleicht versuchen wir die Queen noch schnell vorher zu töten. Dann los. Komm hin. Komm schon mal. Ach komm. Kann meine Queen nicht bitte auch auf die olle Queen gehen? Manchmal ist diese Frau echt dumm. Dann gehen wir noch hier rein. Ist natürlich doof, dass ich jetzt wieder keine... Keinen Lava-Hund in der Clanburg habe. Aber mein Gott. Der Luftfeger wurde mittlerweile schon zerstört. Werde ich mir gleich nochmal in der Wiederholung angucken. Wieder nicht besonders gut von mir, muss ich sagen. Kein Welbling mehr am Leben. Mein Gott. Ich bin halt wirklich nur so gut, wie meine Vorbereitung ist, muss ich sagen. Ich denke, es gibt Leute, die spontan bestimmt skilliger sind als ich. Aber im Clan-Krieg braucht man nun mal halt keine Spontanität in den meisten Fällen. Jetzt habe ich einen Riesen in der Clanburg. Okay. Das Dunkle wollte ich jetzt ganz gerne mitnehmen. Lösen wir noch eine Falle aus. Ich denke, die Kämpfe sind halt noch nicht wirklich... Ich glaube, die Kämpfe sind halt noch nicht wirklich aussagekräftig. Ja, dann beenden wir den hier an der Stelle. Wir haben ja das Dunkle-Elixier bekommen. Viel mehr Loot hat der Gute ja auch nicht. Und würde sagen, wir machen da nochmal einen Cut und sehen uns gleich wieder mit den Drachen. So, die nächste Armee ist fertig. Dieses Mal die Drachen. Und wir sind immer noch auf der Suche nach Luftfegern. Ja, nee, ist klar. Bis da jetzt finden wir sofort jemanden mit einem Luftfeger. Aber der ist halt zu stark für Drachen. Ziel ist jetzt mit den Drachen eher wieder Rathaus 9 oder eben eher Rathaus 8. Also lieber Rathaus 9 früh oder Rathaus 8 spät. Der war jetzt gerade schon zu gut für Rathaus 9. Es ist klar, dass wir jetzt zwei finden, die für die Lava-Hunde ideal gewesen wären. Oder hier Loot finden, den ich natürlich nicht mitnehmen werde. Weil ich ja gar keinen Loot nötig habe. Ich bin ja so ein Jammer. Hö, hö, hö. Nicht. Der Kommentar kam, ich wäre ein Jammer. Ja, irgendwie schon. Aber keine Ressourcen. Was ich dazu genau sage, möchte ich aber jetzt nicht kundtun. Das möchte ich lieber in einer anderen Folge sagen. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und das wäre jetzt an dieser Stelle zu viel. Und zu... Ja, wie soll ich das nennen? Zu... Vielleicht würde ich zu emotional werden. Das passt nicht zu dieser Folge. Und ich denke, dass ich direkt wieder einen Cut machen sollte. Da hier scheinbar jetzt die Rathaus 8 mit diesen Luftfegern nicht so vorhanden sind. Aber ein Rathaus 9, ein früher. Ich glaube, den könnten wir fast mal versuchen. Wir werden es. Ich denke nicht, dass wir hier drei Sterne holen. Dafür sind es halt Drachen. Und Rathaus 9, Drachen, ist halt nicht so gut. Möchte allerdings versuchen, zu zeigen, wie der Luftfeger gegen Drachen agiert. In der Clanburg habe ich dieses Mal auch passend einen Drachen. Und dazu noch zwei Ballons. Hier geht es mir gerade darum, dass ich erstmal die Gebäude ein bisschen freiräume. Los, Queenchen. Mach! Mach deine Arbeit fein. Dann machen wir hier noch einen Drachen hin. Eigentlich hätte ich da lieber die Queen setzen sollen. Aber okay. Die Queen, die es schon richtig gut regelt, ist halt ein Vorteil mit Drachen. Weil mit einem Rathaus 9 gegenüber einem Rathaus 8, der das jetzt tun müsste. Hier sollten wir fast auch noch einen Drachen setzen. Und dann... Ich finde also dieser Radius übel, den dieses scheiß Drecksding hat. Also ohne Wutzauber ist das echt übel. Und glaube ich sehr, sehr schwierig. Vom Gefühl her, wenn der Wutzauber drauf ist... Dann fliegen die Dinger auch nicht so weit zurück. Es könnte also und eventuell gar nicht so einen Unterschied machen. Es könnte die Wutzauber wieder mehr in Mode bringen. Bei uns zumindest im Clan. Und die Blitzzauber etwas ablösen. Ihr habt das gesehen. Ich meine, er war erst Level 1. Das muss man ja immer bedenken. Aber vom Gefühl her war es durch den Wutzauber nicht so weit, wie die nach hinten geschleudert wurden. Und genau das meinte ich mit Rathaus 9. Auch mit Rathaus 9. Und gegen Rathaus 9 sind Drachen einfach nicht mehr erste Wahl. Es ist eine Luftabwehr mehr. Eine Luftabwehr zu viel. Der Wutzauber, der letzte, saß natürlich nicht so gut. Obwohl man einen Zauber mehr hat, macht das halt nicht so den Unterschied. Und vor allem eine Luftmine mehr, die so einen Drachen halt schon mal fast komplett aus dem Spiel nimmt. Ja, immerhin habe ich 70% geholt. Und ihr habt vielleicht einen Eindruck davon bekommen, wie der Luftfeger gegen Drachen agiert. Und ich würde sagen, das war es für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! 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 Ciao!